Es ist leider genau das passiert, was die Community schon erahnt hat. Der ehemalige russische Präsident hat jetzt Frau Baerbock zerlegt, was er zu sagen hat, warum jetzt eine Sache eingetreten ist. Eine Prognose, die Markus Krall, andere aber auch schon hatten, wie diese Lage eskaliert. Und ich kann dir jetzt schon sagen, es ist sehr brisant. Was wir in diesem Video mit dir teilen, wird wahrscheinlich auch viral gehen auf verschiedensten Plattformen. Es zeigt einfach mal wieder, wie Frau Baerbock sich aus dem Fenster lehnt. Wie sie immer wieder denkt, sie macht das Richtige und tut dabei eigentlich bewusst oder unterbewusst, man weiß es nicht so genau, das Falsche. Und dementsprechend, wir starten direkt rein ins Thema. Es könnte durchaus der letzte Tag in Europa werden. Das ist die Drohung von dem ehemaligen russischen Präsidenten. Und viele waren sich uneinig, wie sie diese Nachricht auffassen. Deswegen schreibt mir gerne mal deine Meinung zu Frau Baerbock in die Kommentare. Wie immer, Teil nicht vergessen, damit Frau Baerbock nie wieder wiedergewählt wird. Weil nochmal können wir uns da sicherlich nicht antun. Und wir starten jetzt direkt rein ins Thema. Der ehemalige russische Präsident hat einiges gepostet über Twitter. Entschuldigung, X, das muss man ja mittlerweile auch dazu sagen, haben sich ja umbenannt. Beziehungsweise Elon Musk hat es umbenannt. Und der hat sich tatsächlich sehr krass über Frau Baerbock geäußert. Also, da sieht man übrigens auch, wie die Wahrnehmung von den deutschen Politikern in Russland momentan ist. Nämlich alles andere als gut. Ich denke, man hat die deutsch-russische Beziehung mittlerweile komplett zerstört. Weil man in Deutschland, vor allen Dingen auch die deutschen Regierenden, Russland nur noch böse Sachen unterstellen. Und ich fand das super interessant. So funktionieren ja auch unsere Medien. So funktioniert ja auch Propaganda. Am Schluss wird eben jeder sozusagen beschuldigt in Russland. Egal, ob es die Bevölkerung ist. Egal, ob es Putin ist. Egal für was auf dieser Welt. Also, dass die Schere zwischen Arm und Reich natürlich auch immer weiter auseinander geht. Putin ist schuld. Dass es Hungerkrise gibt. Putin ist schuld. Dass natürlich der Westen da auch eine wichtige Hauptrolle spielt. Das will man dann wiederum nicht sehen. Man ist ja selber heroisiert. Man möchte sich immer besser darstellen, als man vielleicht ist. Alles andere wäre wahrscheinlich nicht wirklich, wäre ein bisschen sadistisch. Dementsprechend ist es hier meiner Meinung nach auch ein entscheidender Punkt, was jetzt hier als nächstes gekommen ist. Denn wir haben schon sehr oft davor gewarnt, man solle diesen Schritt nicht tun. Jetzt gab es aber von den Niederlanden und von Dänemark die Entscheidung, Kampfjets zu liefern. Hoi, hoi, hoi. Das war ja interessant, dass es dann doch so schnell ging. In einer Horroraktion hat man jetzt Kampfjets zugesagt. Und das ist eben auch der interessante Punkt. Frau Baerbock sprach von einem guten Tag für die Ukraine und damit auch einen guten Tag für Europa. Ja, guten Morgen, Frau Baerbock. Wir sehen hier irgendwie nicht den guten Tag. Denn durch die ganzen Waffenlieferungen haben wir mittlerweile noch mehr Tote zu verzeichnen, als schon vor drei Monaten, wo wir auch gesagt haben, hört endlich auf Waffen zu liefern. Wir haben weiterhin einen sehr strategisch aufgestellten Putin, der ja auch schon vor drei Monaten, haben wir auch schon hier auf der Überholungskanal auf YouTube gezeigt, ja auch schon für tot erklärt worden ist, beziehungsweise die militärische Power. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war circa vor drei Monaten. Ja, jetzt dauert es nur noch wenige Tage. Dann muss Putin eigentlich rekapitulieren, beziehungsweise kapitulieren, weil ihm keine Soldaten mehr zur Verfügung stellen. Tja, jetzt sind wir schon drei Monate wieder weiter. Also richtig sind das auch nicht Wahrheiten, die hier verbreitet werden. Und das hat ja auch noch Habeck ja immer wieder auch gesagt, oh, Kampfjets, ja, das liefern wir, aber das Problem ist, wir müssen die ja dann auch mit deutschen Soldaten warten. Ja, das ist alles so blöd. Dann müssen wir auch noch deutsche Soldaten entschicken. Ich glaube mir, das wird der nächste Schritt sein, dass die deutsche Bundeswehr in der Ukraine dort kämpfen wird an der Front. Also das kann ich jetzt schon als Prognose abgeben. Gerne mal deine Meinung dazu in die Kommentare. Aber das kommt mir so vor, dass das Ganze weiterhin eskaliert. Und gleichzeitig ist es jetzt wirklich krass, wie der Präsident hier reagiert. Und jetzt muss man dranbleiben, denn das hat es in sich. Er sagt selber, es ist ein guter Tag für die Ukraine und damit ein guter Tag für Europa, kommentierte Annalena Baerbock, Bundes- und Außenministerin ohne Schulabschluss, die Entscheidung, die Bandera-Brüder der deutschen Nazi mit F-16 zu versorgen, lasst euch nicht zu sehr dazu hinreißen, in eurem Sandkasten mit Flugzeugen zu spielen, Kinder. Einer dieser nächsten guten Tage könnte durchaus der letzte in Europa werden. Und drei Punkte, die ich hier tatsächlich auch anwenden, beziehungsweise einwenden möchte, Annalena Baerbock hat tatsächlich Abitur gemacht. Das war ganz wichtig, diesem Artikelschreiber, dass man das hier auch nochmal sagt. Und sie hat sogar eine Dissertation zum Thema Naturkatastrophen und humanitäre Hilfe im Völkerrecht. Also ich finde es schon sehr blamabel, wie man hier auch versucht, Frau Annalena Baerbock hier doch auch nochmal zu verteidigen. Nach dem Motto, sie ist doch sogar auch eine gebildete Frau. Ich sage immer, nur weil man Abitur hat, heißt das noch lange nicht, dass man irgendwas gebacken bekommt. Also wir selber haben Abitur, wir sind das beste Beispiel in den Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so, dass man hier sagen kann, es ist der erste Punkt, wie verzweifelt man sein muss, um Frau Baerbock hier zu verteidigen. Weil es ist doch wirklich wahr, dass wir hier nicht auf Friedensgespräche eingehen. Ich kann jetzt mittlerweile sagen, wir sind mittlerweile nicht kriegsmüde, also das sowieso. Wir sind mittlerweile müde geworden, endlich aufzuklären, dass man Frieden noch nie mit Waffen geschaffen hat. In der Vergangenheit haben wir sehr, sehr viele Beispiele, dass das noch nicht funktioniert hat. Und übrigens einzig und alleine, das muss man wirklich hier mal klarstellen, mit der Begründung, dass doch Putin sonst andere Länder angreifen könnte, wenn man ihnen die Ukraine überlässt, beziehungsweise wenn die Ukraine sozusagen hier einfach dem Schicksal überlassen wird. Und sicherlich gibt es jetzt momentan kein Zurück mehr. Also wir haben den Punkt auf No Return, haben wir jetzt mittlerweile erlebt, weil im Endeffekt auch schon so viel Blut geflossen ist, dass man sagen kann, okay, jetzt geht es wie in Palästina, in Israel auch so, Mensch, du hast meine Frau umgebracht, du hast im Endeffekt das umgemacht, beziehungsweise hast mich hier zerstört, mein Leben. Das heißt, wir sind hier momentan an einem super schrecklichen Punkt angekommen, den wir hätten verhindern können. Das muss man an dieser Stelle sagen. Und wenn dann ein Habeck bei einem Bürgerdialog auf die Frage hin, warum man jetzt Waffen geliefert hat, obwohl das die deutschen Bürger nicht wollten, dann auch noch zu hören bekommt, ich teile ihre Meinung nicht. Das ist tatsächlich nichts mit Patriotismus zu tun, sondern mit Idiotismus. Und will sie da zerlegen, übrigens oben mal eingeben, Habeck-Dialog, dann kommst du zu dem Video, das ist viral gegangen. Das haben viele geschaut und viele fanden es einfach nur abartig, wie dieser Mann seine eigenen Bürger sozusagen auch bloßstellen wollte. Das war ja keine spontane Antwort, wie er da gekontert hat, sondern das war irgendeine zurecht geschusterte, geschriebene Antwort, die er dann einfach nur abgeballert hat. Richtig unfair. Wo ich dann auch sage, die Fragesteller durften dann noch nicht mal darauf reagieren. Aber okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Und interessant ist natürlich auch hier diese Atomdrohung. Also ganz ehrlich, ich kann es mittlerweile nicht mehr ausschließen. Also mittlerweile geht dieser Kurs in der Ukraine nur noch auf Eskalation zu. Das heißt nur noch, was können wir noch machen, was können wir noch unterstützen, in Anführungszeichen. Und dementsprechend, wir wollen hier gar nicht absprechen, dass humanitäre Hilfe ganz wichtig ist, dass wir diesen Krieg so schnell wie möglich beenden sollen. Aber wie soll das funktionieren? Russland ist eine Atommacht. Also im schlimmsten Fall, wenn die sehen, wir haben alle Menschen verloren, wir haben alle Soldaten verloren, wir haben die Gebiete, mussten wir alle wieder zurückerobern, wir haben unser gesamtes Gesicht verloren. Was würdest du dann machen, wenn du nichts mehr zu verlieren hast, wie man so schön sagt, Andreas Popp hier auf dem Kanal, das ist auch ein Spruch von ihm, der immer wieder auch indirekt sagt und andeutet, dann kannst du im Endeffekt machen, was du willst. Dann hast du nichts mehr zu verlieren. Erst wenn die Leute nichts mehr zu verlieren haben, gehen sie auf die Straße. Und so kommt es mir auch hier vor, dass wir immer noch versuchen, Russland zu besiegen, was nicht funktionieren wird. Wann werden wir jemals verstehen? Wann werden wir je verstehen? So geht doch auch dieses eine Lied, aber der Titel fällt mir gerade nicht ein, dass im Endeffekt das nicht der richtige Weg ist. Also dementsprechend ist hier wieder der Punkt. Deine Meinung ist gefragt. Schreib sie gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal hier auf dem Erfolgskanal auf YouTube.